Warte, Hashtag Mersonaries 6, ne, doch, doch, ja doch, 6, diesmal mit Carter Ja, hallo Ja, Carter hat gerade die ersten Theronautil nicht miterlebt, da ist er ziemlich abgegangen und hat drei Typen zerlegt Und ich wurde von dem Tritt einfach übelst weggehauen Pass jetzt auf dich auf Mach das Du lädst mir diese Crossbow nicht nochmal nach Geht mir auch auf die Nerven Ja, vor allem Mesh eben, mit seiner blöden HA Die hat richtig genervt Aber er ist ziemlich schlecht damit, ich meine er hat fast nur Teamkills gemacht, auf den Serien Ernsthaft? Mögen dich nicht Oh fuck Oh 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 Wenn das Hande ist, gegen den komm ich noch klar Ja, das ist Hande Was? 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 Ich sag's mal so, normale Pfeile sind richtig OP, ne Ich seh schon Außerdem passt das ganze Equip voll gut zusammen Ich bin eigentlich auch gegen Longbow So habe ich in meinem letzten Video auch gesagt, das stelle ich übermorgen glaube ich hoch Und dann werde ich... Und dann werde ich... Na ich brauche einen Helm Na komm LOL Ich hab das überlebt Ich dachte ich f... Okay Wen haben wir denn jetzt? Absurd, oder? Der ist nicht gerade so der Beste Er hat den blöden... Er hat dasselbe Pferd wie ich Ich glaube ich komm... Na ja an sich ist nicht gut Ich komm auch gleich mit meinem Ritter Daneben Auch Auch Jetzt ist er... Hast du eigentlich Reiten geskillt? Nö Warum hattest du denn gerade ein Saddle Horse? Ach das ist ähm... Von der Cavalry Map Da gibt's Saddle Horse Hinter mir Ah Ja Schaust du denn? Ja ne Ja nice Katana Power for the win Nice Ja ich wechsle dann ganz rasch mal den Charakter Das kann ich auch drin lassen Irgendwie hier... 8900 Passt schon Ist ja nicht so schnell wenn man mal sieht wie ich den Charakter wechsle Redstone Und zack So ja Leute jetzt seht ihr euch meinen Kaff Kaff ist mal cool Dass das Fädchen ein bisschen am Arsch ist Ja auf Siege hatte ich die ja mal alle weggerapet Die hatten Lanze ich hatte Schwert halt ne Na komm Vorsicht der Bussardo kommt Hä Ich sag doch der ist dumm Ich sag doch der ist dumm Das darf nicht sein Guck mal das Mapende an Lol Endlich hat der Typ mal was gebracht Ja jetzt ist er nämlich mal auf unserer Seite Na LOL Wie kriegt der die Kills? Er ist mounted Ich hab dir schnell Ich hab dir schnell Oder eher gesagt ich dir aber ne Alter was hast du tankt Alter gestern Das hat mich richtig gewundert Du hast mein Pferd mit einem Stich komplett one hit gelegt Und das war full life Ja das war ein bisschen dein Speed dann mein Speed und so Was ich noch? Ne war Humphrey Ja Breitschwerd ist auch geil Kann ich nicht nehmen ich hab 1818 Och nein ich wurde geswitcht Na toll Ja wir haben 3 Kaff Und absurder Ja ich krieg den Noob du gehst rüber toll Wen hab ihr denn bekommen? Apollo? Den haben wir bekommen Also den hab ich noch Einer von euch steht ja die ganze Zeit auf K Das ist ein Freaker Bin ich nicht Ne du nicht aber Wer ist das denn? Hande ist irgendwie ein bisschen schlechter geworden hab ich das Gefühl Hande? Der hat ne Helleborde Ach Puko war das Ey Puko was geht? Ja man zu zweit ist nochmal geiler Ich hab gestern noch mit Destin Let's Play gemacht Das hab ich auch schon hochgestellt Lol Ich schnapp ihn mal schnell am Rosado Das darf schon nicht wahr sein ich trifft auch sein Pferd Ach das Kommen Der findet doch nicht ne Da war Ja waa Lol Ich hab Ne ich hab nur einen Iron Flash Ich hab mir dieses Horse Perk gekauft Das mein Horse sich regeneriert Ja dafür brauchst du glaub ich gar keinen Iron Flash Das nicht aber ich muss ja auch was tanken Aber manchmal hab ich echt das Gefühl wenn du hörst Du hast ne Rüstung an einfach zur Deko weißt du Ja deswegen Ja das seh ich manchmal auch Das ist bei Piers Na das nervt manchmal halt ne Deswegen trage ich auch Light Ammo Ist Hunter nicht schneller als Saddle Horse? Was soll was schneller sein? Nein Oh Gott sei Dank hat er mich verfehlt Alter weißt du was komm her Ja Digga Er hat Ja Mit dem Bastard Schwert weißt du Der muss einiges Skillt haben auf Tournament Sonst könnte er nicht so schnell schlagen Ich hab grad Hande One-Hit gelegt Oh Jetzt klaut er sich mein Pferd Och nicht Zane als C3PO Das ist Zane? C3PO ist Zane ja Ah Na hoffentlich der Valentine Ich hoffe Zane stirbt Nice Jetzt kann er von mir aus auch recken gehen Wir haben noch Absudo und du hast noch nen Kopf aber Ich weiß nicht Aber Buko hat nur ne Einlegerganze Buko läuft rum wie Abusador Ja Ja Und er hat ihn grad voll verfehlt Und der steht AFK Das war Buzador Nice Zwei gegen vier Ok GG Du eh Das hast du gerade ne Damit er dich nicht weghaut Oh er sagt ok Zane töte mich wahrscheinlich eh weil er Hämmer hat Du hast gerade gefailblockt Gerrackt Obwohl man sagt Wollen Bitte bitte Ne warum Buko Buko Ey Buko komm mit Buko Ja ich hab Ich hasse Valentine ne Da Ah was bist du Wo ist denn da? Hm Wo ist denn Valentine Der schleicht ja bestimmt irgendwo rum Da ist er doch Da geil ist doch der Ja schnapp ihn dir Mach ich natürlich Tu's als wär ich AFK Du bist letzter Letzter Ei Hab ich Damage gemacht? Override hit ja Ich muss kurz das herköpfen Warte aber wieso Warte kurz Mach das Deswegen kaufe ich mir bald nen Helm Willst das nicht Ja egal Und ich geh Ich wollte schon F drücken Um dir ne Duellanfrage zu schicken Loll Scheiße Wollst Chambern? Ja du wolltest Chambern Das weiß ich genau Hm Ich glaub Ruins ist ganz gut Na komm Ich wollt mal mit Ich glaub ich müsste ja eigentlich Alter Valentine Wenn ich dich jetzt erwische ne Bitte du dick Valentine Ich tu an mich um Buko Was Al Der zieht mir so Damage Wie viel Power Strike hat denn der Junge? Keine Ahnung Ich hab Flex Ich hab Flex Weil ich 18-18 Bild hab Grrrrr Nicht 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 Ich bin Lowlife Ihr kriegt mich eh nicht Da hab ich doch Aber Zane ohne Witz das ist auch so ein Spammer mit chill ne Ehm Eben grad aufs Seach richtig aufgeregt Gehen die Typen haben Wissen wir Wie er Angst hat Ey guck mal wie er Angst hat Wie er Angst hat Wie er Angst hat Ja komm Block Komm schon seit Ja komm Ach schade Soll ich dir ne Lanze leihen? Soll ich dir ne Lanze leihen? Kater Ja genau Ja geh mal bitte Dank Musst ihr aber verstecken Ne ne der Kommt schon wieder Ja gut Leute Jetzt habt ihr mal nen kleinen Geschmack bekommen Was Battle so ist Und dann erstmal Ja schon